Außer du, du warst sowas am bauen und mich. Du Manschettenäffchen! Da, wow. Bip, 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 bim, bim. Da, 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 und dann da. Sehr gut. Die stehen da so rum. Bip, bip, bip. So, dann dürft ihr mal nach unten links spazieren. Damit, damit noch mal wissen, was da so los ist. Ach Leute, macht einfach mal die Verteidigung kaputt, ja? Einfach mal da hingehen. Wenn ich mir anders überlegt, einfach mal hier oben die Einheit kaputt machen. Eben hatte ich schon das Einheitenmaximum, ne? Dann könnte ich mal aufhören, hier zu bauen vielleicht. Ich meine, gut, ist klar, dass der Einheitenmaximum schreit, wenn irgendwie die Einheiten von der anderen Karte doch noch verrechnet werden, scheinbar. Könnt ihr vielleicht mal, ich weiß nicht, hier den ganzen Scheiß kaputt machen? So, ist da noch irgendein Baufahrzeug? Klar ist da noch ein Baufahrzeug dabei. Selbstverständlich. Bauen wir hier unten was. Ich glaube, da waren noch Einheiten. Die Einheit wird angegriffen. Feindliche Basis. Einheit wird angegriffen. Die halten wir eben in Schuss. Ah cool. Das ist auch so. Hol die. Hol für uns das leckere Öl. Om nom 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 nom. Leckeres Öl. Einheiten-Limit erreicht. Dodgen haltet. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Super. Ein Räumchen. Habe ich gerade irgendwelche gelangweilten Baufahrzeuge? Selbstverständlich. Wir erweitern die Basis. Und zwar um diverse Forschungseinrichtungen. Wenn ich sie denn finde. Da. Da. Hier lassen wir ein Türchen. Da. Und. Oh, da geht nicht. Achso, weil ich schon so viele habe. Dann kommt da halt ein Kraftwerk hin. Einheit wird angegriffen. Schade. Ne, da ist irgendwas im Weg. Egal. Gebäude wird angegriffen. Ach, Quatsch. Gebäude. Wer ist denn bitte so blöd und greift meine Gebäude an? Hallo? Gebäude wird angegriffen. So 90er Jahre. Gebäude wird angegriffen. Die Fuddels. Diese echt gemeinen Fuddels. Uns gemein. Gebäude wird angegriffen. So, ihr habt Spaß. Dann dürft ihr mal hier rein in die Ecke fahren. Das ist bestimmt auch noch irgendwas lustiges. Außer du. Du bleibst hier. Du baust mir nämlich etwas Bodenverteilung. Äh, Luftverteilung. Gebäude wird angegriffen. Jeweils im Abstand von 200 Dingen. Konstruktion abgeschlossen. Forderung nach feindlicher Transport. Einheit wird angegriffen. Für den Boden. Gebäude wird angegriffen. Forschung abgeschlossen. Machst du das für mich? Wärtschen? Sehr schön. Ihr dürft hier hochkommen und dann mal ein bisschen Party machen. Partystimmung verbreiten. Einheit wird angegriffen. Party. Gebäude wird angegriffen. Artefakt wurde gefunden. Konstruktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Artefakt wurde gefunden. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Verstärkungen sind eingetroffen. Konstruktion abgeschlossen. Gebäude wird angegriffen. Forschungseinrichtungen werden gebaut. Jugendforscht steht bei mir auf der zu unterstützenden Liste. Soziale Einrichtungen. Oh yeah. Was kann ich denn noch holen? Ach, keine Ahnung. Alles ja. Wobei, nee. Ich will die coolen haben. Die coolen Kinder. Die sind doch weiter hinten. Das ist wie in der Schule damals. Die coolen Kinder sind immer weiter hinten. Bam. 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 Produktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Sehr schön. So weitermachen brauche ich die coolen Kinder gar nicht mehr. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Da ist noch ein Böser. Danke. Missionsziel erreicht. Ja. Alles richtig gemacht. Zwölf Minuten hat es gedauert. Krass. Ja dann. Weiter geht's. Missionsbesprechung beginnt. Unser Transporter mit Einheiten von der Alpha Basis wurde abgeschossen. Was? Er ist an dieser Stelle abgestürzt und wird von Einheiten des Kollektivs angegriffen. Was? Stellen Sie ein Rettungsteam zusammen und bergen Sie den Transporter und seine Fracht. Das mach ich. Missionstimer aktiviert. I will do so. Ähm. Missionstimer 30 Minuten. Blablabla. Das sind die Lanzers, ne? Ne, das sind die Reparaturarme. Da brauche ich ja höchstens einen von. Da ist ein Lanzer. Könnt ihr mal bitte... Ich stehe da schon wieder so ungünstig im Weg. Ungünstig. Danke. Du kannst direkt mit. Du kannst auch direkt mit. Äh, Baufahrzeuge werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. Aber ich ne trotzdem mal eins mit. Sicher ist sicher. Oh Gott. Ich will eigentlich nur auf jedem Hügel mal was stehen haben. Damit ich den Gegner anrücken sehe. Wenn er denn kommt. Jong. Hier wird schön verteidigt. Sehr gut. Gefällt mir. Und hier, das weiß ich nicht, stelle ich mal da ein. Ist gut. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Mann, 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 Mann. Hier wird gebaut, was? Ist der Drucktransporter voll? Nö. Noch lange nicht. So dann. Rinder. Hihi. Rinder, Kühe, Hühner. Alles da. Gut. Und ihr dürft mal. Ist das unterstützungsvoll? So ist ein Kugel. Nein. Ich möchte, dass ihr patrouilliert. Und zwar von hier nach da. Ihr patrouilliert von hier. Konstruktion abgeschlossen. Da. Der Trupp ist wieder zu langsam. Und ihr patrouilliert von hier nach. You guessed it. Hier oben. Okay. Und wenn die feinen Herren irgendwann mal da sind, dann patrouilliert ihr von da nach da. Und dann haben wir quasi eine Rotation von Einheiten. Hippewora. Oh, langsam fühlt sich auch mein Kontostand wieder. Geil. Konstruktion abgeschlossen. Dinge erforschen, die ich dringend brauche. Konstruktion abgeschlossen. Zwischendurch einige Wände bauen. Konstruktion abgeschlossen. Grundlagenforschung abgeschlossen. Ah, dann nicht. Wände sind so super toll. Warum geht das nicht? Mehr für... Wie? Das ist was, 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 was. Warum kann ich denn eine Wände bauen? Geht doch. Arschlochhuhn. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Nee. Hier lasse ich einen Eingang. Ganz bewusst. So, sind mittlerweile alle da? Oh Gott. Geil. Zwei Fahrzeuge und ein Dingsfahrzeug. Äh. Ein Scanner. Egal. Der Effekt bleibt der gleiche. Gut. Das sieht einigermaßen geschützt aus. Konstruktion abgeschlossen. Und dann... Jo. Genug da. Dann dürft ihr noch mitspielen. Zack. Habe ich einen Reparaturarm am Start? Schweres, schweres, Lanza, LKW, schweres, Panzer, Reparaturarm. Ja. Gut. Dann brauche ich die nicht. Supi gut. Wie kann man denn bitte... Jetzt mal ganz im Ernst. Wie kann man denn bitte eine Basis in diesem Krater errichten? Und das Ganze für sich erhalten? Klar, dass die Geschichte zerlegt wird. Mit Anlauf. Ich bin empört. Forschung abgeschlossen. Top. Fling. So. Dings ist voll. Dann los. Laden, laden, laden. So. Hier ist er abgestürzt. Mit dem Team Hostage Down Transporter. Und... Das Spiel ist abgestürzt. Grundlagenforschung abgeschlossen. Nee. Okay, er hat wahrscheinlich... Ich sollte mal wieder speichern. Er hat wahrscheinlich versucht, irgendein Video zu laden, was er gerade nicht gefunden hat. Hoppla. Hoppla. Und er ist einfach nur Hoppla ohne Sonderzeichen nicht, dass da auch noch was stief geht. Gut. Sichern wir mal die Landzone. Weil wir es können. Weil wir die finanziellen Mittel haben. Oh, oh, oh. Und hier darfst du mal gucken, dass du da was Geiles brauchst. Oh, da kommt es schon angeschissen. Ich kann eine Kommandozentrale bauen. Was ist denn das? Ich meine... Pff. Okay. Warum nicht? Aber es ist schon merkwürdig. Ich glaube, das werde ich auch gleich tun. Einfach mal so. Spaß. Eine Kommandozentrale hier in die Pampa pallern. CB-Türme. Sehr gut. CB-Türme. Habe ich mich übrigens auch eingelesen. Richtig geiler Scheiß. Also, ihr müsst euch das jetzt so vorstellen. Ich mache das ja alles hier quasi... Also, nicht zum ersten Mal, aber so ein bisschen unwissend. Was? Warum? Ich lag hier. Und, äh... Will damit sagen, CB-Türme können aus dem... Also, wenn ihr mit Artillerie beschossen werdet... Und ein CB-Türme ist in der Nähe, kann der quasi erkennen, woher der Beschuss kam und kann eure eigenen Antillerie dazu anweisen, dahin zurückzuschießen. Obwohl ihr das gar nicht seht. Das ist total genial. Muss man doch einfach mal so sagen. Das ist... Das ist... Das Konzept ist total cool. Was? Error. Droid. Irgendwas mit dem Droiden. Entschuldige. Sorry, du kleiner Android. Ich wollte dir nichts tun, aber du hast mich drum... Du hast drum gebettelt. Du suchtest den Tod. Ich habe dir nur das gegeben, was du gesucht hast. Was denn jetzt? Das hieß doch gar nichts. Ja, ich würde das jetzt einfach mal so als einigermaßen sicher definieren, hier die Geschichte. Ich darf keine, äh, Verstärkung nachholen. Das ist natürlich... Ich könnte wetten. Ich weiß nicht, wie KI-mäßig das hart, das Spiel drauf ist. Ich könnte wetten, wenn ich Bock hätte, könnte ich auch einfach mit einem der Hover-Style jetzt so durchrushen. Hier, das aktivieren. Das testen jetzt gerade mal. Da bin ich jetzt gerade mal in, äh, rumtrickslaune. Test. So, dann nehmen wir uns einfach mal die zwei hier. Ach, Quatsch. Was soll das? Das ist doch der Geiz. Das ist ja eh nur ein Test. Wir nehmen, äh, die drei. Und schicken die einfach mal dahin. Die sind ja jetzt nicht so langsam. Gut, die sind ja auch nicht so schnell. Weil sie natürlich relativ... Oh, ich hätte mehr Artillerie mitnehmen sollen. Ich weiß nicht, was ich sehe. Oh, Mann. Mal weiter forschen. Guck mal, wie sie in der Herdgeschiss kommt. Oh, wir sind so langsam. So, einer ist umgekehrt. Wegen Defekt. So, jetzt bin ich hier. Und jetzt? Ding, 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 ding. Einheiten gerettet. Geil. Einheiten gerettet. Die ganze Map ist voller Feinde, aber... Ja. Gut. Weiter geht's im Text. Warum nicht?